Die Story von Hündin Rini im Krieg, die einsam ist, die bewegt uns heute. Eine ganz besondere Kriegsstory, die Ukrainesbotschafter André Melnyk heute früh erzählt von ihr, von Hündin Rini. Sie wartet einen Monat lang, dass ihr Frauchen Tatjana zurückkommt. Aber Tatjana ist ermordet, so schreibt es André Melnyk, der ukrainische Botschafter hier in Deutschland, von der russischen Armee. Sie wird nie wieder zurückkehren. Jetzt hat Hündin Rini ein neues Zuhause, eine Pflegefamilie gefunden. Das ist eine dieser Millionen kleinen Geschichten aus diesem Krieg, neben den ganz großen, schrecklichen Geschichten.